Ja und zum herzlichen Willkommen zurück zu The Invincible. Dann suchen wir heute mal einen Weg ins Kraftfeld. Und wir wissen auch schon genau wo lang. Die Speichelpunkte im Spiel sind manchmal ziemlich doof, ehrlich gesagt. Das ist halt automatisch speichert. Und nicht immer dann, wenn ich aufhören möchte. Dann muss ich immer vor manchmal ein Stückchen noch mal spielen. Bevor ich wieder zum richtigen Zeitpunkt komme. Aber gut. Da kann man nichts machen. Ich bin gespannt ob wir irgendwann mal noch auf jemanden treffen, der möglicherweise leben muss. Der die ganze Sache überlebt hat. Der Astrogator, ich habe gefunden, die Probe. Sieht so aus den Flüten. Oder es endet hier einfach nur Glück. Glück, insofern. Der Registrier könnte es wertvolle sein. Especially wenn man die Fotografie alles von einer größeren Distanz. Komm hier, kleine Probe. Oh, das ist Glück. Es fliegt weg. Ist es auch Angst? Ich würde sagen, dass mein Lack der Autorität ist mehr ein Problem, als ich schrecklich. Ich kann die Probe nicht runterbringen. Sonst kann ich einen Arbeitskontroller finden. Okay, das ist hinter uns. Ich habe schon gesehen, da liegt, glaube ich, wieder jemand. Ja. Den haben wir hier. Mirva. Auch tot. Kein Lebenszeichen. Was? Ja. 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 Was? Ja. Alles gut und klar, als das Kreis ist blöd. Ich habe nur noch wartet, dass Dinge nachbauen gehen. jetzt wissen wir das einfach den essen weg geschmolzen ich denke dann nehmen wir den transport wirklich flug wie geht Du kriegst eines die Sonde. Oh ne, noch mal jemand. Stellina. Und hier drin muss noch jemand anderes sein. EBT. Da fehlt noch zwei Leute und hier fehlt noch etwas. Ein Ding ist sicherlich das. Dort noch? Warte. Da hab ich das jetzt schon. Ja, jetzt werden noch zwei Leute hier einfach. Und jemand ist wahrscheinlich noch da in diesem Gerät hier drin. Und wo liest du? Anke. Ach ne, jetzt haben wir alle. Aber hier ist bloß... Ach so. Ich wollte schon sagen, hier ist bloß nur der Helm. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, wie ich dachte. Die Gerät ist noch immer noch aktiv, aber... ... alle hier sind tot. Ich bin sicher. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Teil dir vom Anzug gekissen, um zu beleben? What the hell? Das war mir in drin. Was bringt uns das hier? Es bringt doch gar nichts. Ist das bloß zum Anschauen? Oder könnte das gleich noch wichtig werden? Wegen den Fliegen. Das Forcefield ist ausgeschaltet. Aber. Was ist die Sonde? Ich bin schon wieder Gänsehaut. Und wo ist die Sonde hin? Hm. 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 Wo ist die Sonde hin? Hm. 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 Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Vielleicht hätten wir die Fliegen Simple zurücklassen sollen. Aber das hätte uns als Vorschein natürlich nicht den Aufschluss gegeben, was hier wirklich vor sich geht. Aber vielleicht ist das auch unser Todesurteil. Wer weiß. Ähm... Da ist nichts drin. What the fuck? Holy shit. I must admit. They look amazing. Jasna, what have you done? I'm watching them. Nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has happened in the Stratus floor. Can you say not for worry? Just look outside, doctor. See for yourself. What? Ein schwarzes Loch? Hallo? Shit. Ist die Tür? It can be gigantic. Yes, yes, sir. I know. I can see it from the morning. What are you waiting for? Get out of there. Holy shit. Holy shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich... Ich... ... Ich... ... Dr. 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 Hallo, Dragonfly. Ich habe fallen, aber... ... alles ist okay. Ich bin okay. Oh, shit! Das ist okay. Sie sind alive. Diese Bessels. Something ist aus ihnen. Ah! Es sind die Zähne. Die Zähne. Sie sind die, die das machen. Es ist gar nicht in Ordnung. Ich kann mich an... ... 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 ein... und die inorgane beings die Inhabitate. Was gut das das tun uns, though? Wir wissen die cause der Stupor. Vielleicht können wir ein Weg für unsere Menschen finden. Wenn jemand von der Allianz überlebt, und sie bereits ihre Forschung into eine Kür... Ich würde nicht auf es. Es ist eher sicher sie alle dead. Not necessarily. Es ist eine große Basis, und ich habe nur ein paar Böden. Die resten müssen irgendwo sein. Ja, da unten ist es doch. Wir sind glücklich. Es ist von einem Schliff close zu dem Boden. Kannst du es? Unhook es? Vielleicht wird es nicht notwendig. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker... No. I can see them with my own eyes. Two of them, even. Two people. Alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit. A green one. The other one... I don't know. He looked different. I see. and now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. I know what I saw. Two people. Alive. Some of them survived. And you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Oh, the Aufzeichnungen aus den Überresten des Bahns. Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and it can choose the lung begins. But at least I'm alive. I don't know 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 You know what, sir? That whole incident at the start of my journey Yes, I remember. I got badly hurt back then and I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is it wasn't the real cause. there were bushes there were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Yes, now that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along in the case of our crew as well. Yes, and the anti-mats and the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them. Also, wenn die zwei Personen einfach wieder in Halluzination waren. Ich meine, wir hatten das gleiche ja schon mit Torben. Der da schlussendlich Der Rover! Es fährt ihn jemand! Was war das? Okay, das war wahrscheinlich unser Estrogator. Schade, ich dachte schon. Könnte halt schon sein, dass es auch eine Halluzination war. Weil plötzlich waren die beiden einfach spurlos weg. Ich meine, dass es niemand drin. Balloon. Dann fahren wir mal einfach Straight drauf hinzuführen. Aber, das machen wir in der nächsten Folge wieder. Vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tschüssut! Etwa! Untertitelung des ZDF, 2020